Es gesinnt der Heid! Freilich im Kannecke! Freilich im Kannecke dir! Ich habe mir ein Gast angebracht, von Washington, Rihanna Jelen. Sie wird uns helfen, weil ich die Latkes machen will. Ich will die Potschges. Ich will die Maschges. Das ist gut. Sehr schön. Ich habe schon alles geschnitten und ich werde das Leben machen mit einer Speisemachine. Die Maschine. Die Maschine. Aber wir nutzen die Maschine. Die Kartoffeln? Richtig. Ich schäle nicht auf die Kartoffel, weil der gesinnste Teil der Kartoffel ist gleich in der Schulacht. Wir machen vier Kartoffeln, ein Meier, weil das ein süßlicher Ton für die von Ihnen, das können Sie nicht essen, viel Salz. Das gibt es die Ton in 1 Zibbele. Jetzt lassen wir warten. Jetzt haben wir eine Schüssel. Wir gehen alles in die Schüssel. Gewisse Sachen sind noch in größeren Stücken. Es geht jetzt noch einmal. Die größere Sachen kannst du später hacken mit der Hackkehle. Richtig. Von der Speisemachine. Ja. Ihr dürft nützen. Ihr könnt nützen eine Hackkehle, ob ihr wollt. Aber auch nützt das mit der Lecher. Das rief mir eine Reibkehle. Jetzt haben wir unsere Zeribbele Kartoffel, Meier und Zibbele. Und jetzt darf man aber ein Team 3 Ehe. Die Schluckst nicht auf die Ehe. Nein. Ich mische alles nicht alles mit einem Wohl. So spürt man sich auch ein bisschen zart. Ja. Und eine Lehrerin, der Zalt. Und eine halbe Läpfle schwarzen Pfiffer. Es ist möglich, dass ich nun ein Wohlfschlag haben. Noch in Ein. Weil ich habe größer Kartoffel genutzt. Und eine halbe Teppel Marzemehl. Warum sind ein Latkes und Ponschges da geträgt? Ich verstehe es, dass man Sachen mit Bäumen kochen kann. Das sind die Bäume für den Mixer-Mickdisch. Das ist gekannt, wenn man den ganzen acht Tage hat. Wir haben nicht gekocht mit Bäumen. Gewöhnlich haben sie genutzt Gänsenschmalz. Oder Pitta, ob es gewöhnlich Milch ist. In der Zeit von ihr hat man die Gänse geschafft und in der Zeit von ihr hat man mehr Gänsenschmalz. Aber mit Schmalz kann man nicht essen mit Zmettern. Das nicht. Jetzt sind wir gleich zu präglenden Latkes. Ihr dürft einheizende Patellen hier mit heißen Bäumen. Und dann haben wir noch ein Löffel-Weiß. Das Gemisch. In der Zeit haben wir die Ponschges. Weil ich einheizende Bäumen für ihr. Und für die Ponschges darf man auf der Sache Bäumen. Und wenn wir dann sagen, ich hoffe es nicht geniegt in Flasch. Ich darf nehmen nachher Flasch. Du darfst sagen, ein Drittel von einem Pfendel. Wenn der Bäumen ist heiß, dann hältst du ein Löffel-Weiß an das Gemisch. Macht das Feuer ein bisschen kleiner. Wenn ihr seht, das ist ein bisschen bräun. Von hinten dreht es einfach. Oh, guck ich schön. Wenn die Ponschges Als Rügel präkelt auf die Latkes, lassen wir schön machen die Ponschges. Nehmt vier Teppel Mehl. Vier mit einheilv Teppel Mehl. Und gibt sie ein Löffel Backpuder. Ein halb Löffel Backsode. Und ein halb Löffel Salz. Misch das Eis. Hier rein. Drei Eier in eine größere Schüssel. Gisst sie ein Teppel Bräunezucker. Es kann sein hellbräuner oder dunkelbräuner. Wie ihr versteht. Und mischt es sehr gut aus. Und jetzt eine Mischmaschine. Und fünf Minuten. Jetzt gibt es sie. Ein halb Teppel Maslinke. Es kann nicht sein Stammmilch, aber es ist ein Sachgeschmack mit Maslinke. Ein Löffel Vanille. Und ein halb Teppel zur losseine Pitta. Gibt sie ein Viertel Löffel Muschkat. Das ist ein Muschkat. Ich habe lieb zu reiben ein ganzer Muschkat. und es kann nicht kein ganzer Muschkat ist ein abgemolener Muschkat. Ganz gut. Gibt sie euch schon etwas von einem Löffel. Das können euch reiben mit derselben Reweisen. Ich sage, Menschen haben mehr zu machen Ponschkis in der Heim. Weil sie haben mehr und zu heizen auf so viele Bäume. Aber es ist so geschmackt, wenn man prägt auf die eigene Ponschkis. Die heimische Ponschkis sind so viel besser wie die industrielle. Mischt weiter und geht euch. Und gibt sie in das Mehl. Gibt sie euch 3 Viertel Teppel Kabak. Waschieb den Tom Bank mit Mehl. Waschieb von der Seite, nicht von oben. Und wahl ihr euch das Teig. Wie Lack ist, was Rucho macht, soll es schmecken in den Seelgeschmack. Und dann. Als es wahlgert aus den Ponschkis, prieb, ab wieviel sie es möglich sie auszuwahlgern gleichmaßig. Weil sie wollen sich prägen und sie dürfen sich gleichmaßig prägen. Den Teig möchte man drehen, aber dem Wahlgerholz nicht. Wahlger nur von in Richtung. Diese halbe Zog. Gleich mache ich halbe Zog. Da habe ich ein Glas mit was zu schneiden mit Ponschkis und das Deckel von einem Salzmessel mit was zu schneiden in den Lech. Ponschkis mit Lech prägen sich auf gleichmaßig. Stellt das Ponschkis mit Lech auf die Böhmel und bringe sie zu zum Eugen. Wir sollen sie prägen im Bäumel. Der Bäumel, in welchem wir prägen die Ponschkis darf sein, sehr heiß. 375 Grad. Ich habe nicht keinen Thermometer, aber ich habe einen kleinen Tegel und es tanzt schön. die Böhmel in den Käse. Hier rein die Ponschkis 5 oder 6 mit Amor. Sie sollen haben genug Platz. Sie sollen sich gleichmaßig fetteln. drehst über über die besonderen Goldenbräunen von beiden Seiten. Ah, Würstchen. die Böhmel den Goldenbräunen nehmen sie schön raus. Legt unter der Tetzel mit ein bisschen Papier. Liane jetzt wird Liane ins Vasen wie er soll. Wir kennen Sie die Maschke für Ihre Hannekesimche. Ich kenne Liane, sie ist geboren geworden. Sie ist eine lebendige Mädel. Sie hat gedacht, dass sie der passigste Mensch zu machen in der Maschke. Aber und Dreck. richtig. Du musst es nicht tun, du musst es nicht tun. 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 Du musst es machen. Hand. Ich möchte ein kaltes Cocktail und ein heißes Cocktail machen. Und die sind die kaltes. Das ist ein bisschen tropisch. Für den Winter verbringen kann man sich fühlen als es etwas warm ist. Ist das gemacht von zwei verschiedene Sachen? Ja, ja. Der Sie haben beide mehr oder weniger die selben Sachen. Ja. Ich habe es lieb zu machen oder mit Mascato oder mit Champagne. Aber Mascato ist ein bisschen süßig. Wenn ich meine, dass du siehst, wirst du siehst. mit Mascato ist ein bisschen Pomeranz und Zitrin wirst du siehst. dass du siehst. Die erste ist die 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 lebt sie schliessen wie viel die 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 Wir wollen jetzt noch ein bisschen kreischen, aber wir wollen auch noch ein Stückchen aus dem Kurschen, aber das ist ein bisschen kreischen, das ist auch die Zappen von dem Kurschen. Jetzt wollen wir auch noch ein bisschen in die Herring Cherry Liqueur in die Barcelona Moscato und wir wollen auch noch einen Sinn dass bei jedem Teil von der Cherry Liqueur wir wollen vier Teilen von dem Moscato und sie sollen nicht so kreischen, sie sollen nicht so kreischen, sie sollen nicht so kreischen, sie sollen nicht so kreischen. Es ist mir Valentin, ich probiere die Gläser. Sie sehen, dass wir uns noch ein bisschen bis dahin sind, dass wir bis dahin sind. Und jetzt, der Moscato. das ist das auch schön. Wir sehen uns ein bisschen weg. Das ist das. Es ist zu tieflich machen wir mit Schampagne statt dem Mascato und wir wollen es nicht so schön. Ich habe lieber an zu stecken, die die wollen kennen, wenn sie es trinken. Und als es so aussehen wird, können wir sie geben ein Stück von Pomeranz. Und so. Und ich habe gemacht gelockte Stück von der Scheil von der Zitrine, das man kann aufstecken auf der Stecknis. So. Lachen! Der zweite Getränk kann man machen, oder heiß, oder kalt. Aber ich habe lieb auf der kalten Winterthug, so zu der Warmen in den Beinen ein bisschen. Und ich meine, das Getränk ist sehr sehr, wie ich die Weges mache. Und das ist sehr, was wir machen. Wir machen nur Milch. Und in der Nähe Herring. Also ich will auch noch ein paar Milch. Wir wollen, dass die Milch wachsen, wenn wir machen die Schmerzen, und wir sehen, dass die Topel ist. Wir haben sicher, dass die Topel ist großartig. Und jetzt warte ich, dass es so ein bisschen warm wäre, weil ich habe uns machen das schon. Also, wir probieren jetzt. Sie sehen, dass es warm ist. Ja, es ist. Jetzt mit der Stopp Maschinenke wollen wir unheben. Und wir staut es nicht durch, bis es in den Mehl ist. Und wir mischen den Rehm in den Rehm. Und wir wollen nicht, dass die Bubblen sonst an Ziehstöpne, sondern wir wollen sie sonst an Weich. Lassen wir sehen, wie es jetzt sehen ist. Aber noch ein bisschen. Die neue Teile. Sie merken mir auf den Tag, wenn ich gepflegte Arbeit in der Kawegeschäfte der Barista. Bei dem Getränk wollen die Proporties sein ein Teil für den Kaviherring zu zwei Teilen für den Millach. Das heißt ein Drittel, zwei Drittel. Ah, sie spritzt! Und wie mit mir gelernt, wenn ich in den Kavageschäften habe, gießt man, wenn man macht der Latte, gießt man daran den Milch und die Schaum und beim Sof, legt man gelassene Reite ein bisschen die Schaum für Neuven. Die Schaum ist nicht auf ... Oh, das ist ein bisschen die Schaum für Neuven. Das ist schön, ja. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Zwei Kava Herring Lottes. Wir haben die Latkes und die Ponschkis und die Lächel auch von der Ponschkis, in der Kolte getrankt, von der Cherry Herring, in der Heise getrankt, in der Kava Herring. Und wo sind die Latkes und Smertene? In der Apple Compot. Und wir haben die Schokolade und Hanukkigeld. Hey, Nahtuli, komm in Prawa mit ins Hanukkis. Das ist mein sie, Nahtuli. Hi, Nahtuli. Das ist ... Lachen wir inheben. Ja? Heben mit die Ponschkis. Wow. Eve, so du bist anders wegen die Ponschkis. Was ist das? Das ist die Dinje. Dinje. Das ist Eve's eigener Rezept, zu machen Ponschkis für den Dinje. Wow. Hier muss ich es haben. Mit Schenken für dich? Ja. Sollen wir alle machen alle Rezept? Mhm. Ich würde die Kalte. Mhm. Es ist ein lang Leben, ein blicklich Leben, und wir alle sind gesinnt in der Leben bis immer ein Jahr. Ja. Ja. Ich hoffe, sie hat auch noch gehabt, von Kicken auf ins Hanukka-Programm. Gedenkt, die Programm ist gewähn gestützt von Cherry Herring Lecker. Seid gesinnt und erstgesinnt erhebt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020